Ab dem 14. September 2023 ist Liam Neeson mit seinem neuesten Action-Thriller Retribution in den deutschen Kinos zu sehen und ab dieser Woche können wir ihn als Detective Marlow hier im Heimkino begutachten. Da spielt er einen Privatdetektiv, der so seine besten Tage hinter sich zu haben erscheint, wird dann aber eines Tages vom Charakter gespielt, hier von Diane Kruger, beauftragt, ihren Mann zu finden. Der ist verschwunden, doch plötzlich taucht sein Leichnam hier vor einem Nachtclub auf. Sie ist sich aber sicher, dass ihr Mann noch lebt und so ermittelt eben Liam Neeson als Detective Marlow weiter und ja, stößt dann auf eine reiche Familie, die hier angeblich etwas mit dem Fall zu tun haben scheint. Der Film erscheint unter anderem diese Woche im 4K Ultra HD plus Blu-ray Mediabook von Eurovideo. Das sehen wir hier. Auf der Rückseite haben wir auch noch die Extras mit dran stehen. Da steht dran, dass wir eben einen Trailer drauf haben und ein paar Interviews im Originalton mit deutschen Untertiteln. Außerdem haben wir hier schon ein weiteres Produktbild, was uns eben auch so ein bisschen das Innenleben dieses Mediabooks zeigt. Außerdem erscheint der Film dann auch zeitgleich in der Keepcase-Variante für alle Leute, die sagen, Mensch, ich brauche den Film nicht im Mediabook und ich brauche davon auch keine 4K-Schreibe. Da hat man dann eben auch die Möglichkeit, sich den Film in die Sammlung zu holen in der Keepcase-Variante. Und ich persönlich freue mich sehr darauf auf diesen Film, denn Liam Neeson geht bekanntlich immer und vor allem hier als Privatdetektiv. Also ich glaube, das passt ganz gut zu ihm jetzt im gehobenen Alter. Außerdem erscheint dann auch noch Dead Stream diese Woche im Heimkino. Diesen Film habe ich euch ja zuletzt auf meinem Kanal ausführlich vorgestellt. Da gab es sowohl eine Filmkritik als auch ein Mediabook-Unboxing dazu. Das Video findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Nochmal ganz kurz, worum geht es in dem Film? Wir haben hier unseren Streamer und Internetstar Sean sozusagen, der sich eigentlich für nichts zu blöd war, um an ein paar Klicks zu kommen. Es dann aber mit seinem letzten Stunt oder Video besser gesagt übertrieben hat, da seine Sponsoren und Abonnenten verloren hat, auch von YouTube gebannt wurde. Und er versucht so seine Zuschauer wieder zurück zu gewinnen, um dann eben hier weitermachen zu können mit seiner Karriere als Internetstar und beschließt dann eines Nachts hier in so eine Art Horror-Geisterhaus zu gehen und das Ganze zu filmen, obwohl er eigentlich ein recht großer Hasenfuß ist. Er tut dann hier das komplette Haus mit Kameras belegen, damit er auch verschiedene Winkel hat und das Ganze läuft in Echtzeit ab und ist eigentlich eine sehr kreative Sache hier, mal eben so eine Art Found-Footage-Stil zu zeigen, mal auf eine andere Art. Fand ich eigentlich ganz witzig und auch kreativ. Und dann geht es hier auch schon richtig ab während des Livestreams. Das sehen wir dann hier anhand der Vorschau-Bilder. Also ein witziger Film für alle Fans, die eben auf den Slapstick-Spaß auch ein bisschen so von Evil Dead 2 vor allem stehen. Man sieht es hier, der Film lehnt sich natürlich ganz klar an Evil Dead an vom Cover her. Ja, das sehen wir auch hier an den Riemen und dem blauen Hemd und die Hand, die eigentlich mit den Fingern so vorgeht. Aber hier in seiner Nase puppelt, wie man das auch im Film sieht. Und neben dem Mediabook, da gibt es dann auch noch die Keepkiss-Variante. Also da kann man sich dann auch entscheiden, möchte ich mir das Mediabook in die Sammlung holen. Oder eben reicht da die Keepkiss-Variante aus. Wie gesagt, zum Film selbst gibt es die Filmkritik unten in der Infobox verlinkt. Außerdem erscheint auch noch Cube, das Original von 1997 in einem Blu-ray und DVD-Media-Book. Das sehen wir hier abgebildet. In dem Film geht es um ein paar Menschen, die eben in so einem würfelartigen Komplex hier aufwachen. Die kennen sich nicht, doch schließen sich dann zusammen, um sich aus dieser Lage hier zu befreien. Aber hinter jeder Öffnung, die sie da aufmachen, warten ein paar tödliche Fallen auf sie. Mit dabei sind hier ein paar Interviews, ein paar Deleted-Scenes, Trailer und auch noch eine Bildergalerie. Zeitgleich erscheint dann auch noch das japanische Remake aus dem Jahre 2021 auf Blu-ray. Funktioniert nach demselben Prinzip. Auch da sind wieder ein paar Leute gefangen in einem würfelähnlichen Raum. Und jeder Raum, der da angrenzt und den sie da betreten möchten, der hat dann auch wieder ein paar tödliche Fallen vorzuweisen. Das Ganze sieht etwas moderner und futuristischer aus, wie wir das hier anhand der Vorschau-Bilder sehen können. Und erscheint dann, wie gesagt, zeitgleich hier mit Cube, dem Original im Media-Book. Das Remake hier aus Japan dann eben in der Cube-Case-Variante. Alle Serien- und Horrorfans dürfen sich diese Woche dann auch noch auf The Walking Dead, die Staffel Nummer 11, freuen. Diese erscheint unter anderem im limitierten Steelbook, wie wir das hier sehen können. Aber auch die Cube-Case-Variante erscheint hier zeitgleich. Ist auch 5 Euro günstiger. Ich bin ja irgendwann mal ausgestiegen aus der Serie, aber habe gehört, dass die dann im weiteren Verlauf durchaus noch die Kurve bekommen hat. Also mal schauen, wer sich die 11. Staffel angucken möchte. Der kann das auch noch via Amazon Prime machen. Da ist die Staffel aktuell hier im Prime-Angebot mit dabei. Also wenn ihr hier eine Mitgliedschaft habt. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, entweder hier auf die Cube-Case-Variante oder eben auf das limitierte Steelbook. The Tank aus dem Jahre 2023 ist ein Creature-Horror-Film, von dem ich euch schon eine Review auf meinem Kanal vorgestellt habe. Und darin geht es um ein junges Pärchen, das ganz überraschend ein Anwesen erbt. Und das dann auch begutachten geht und dort einen Tank findet. Und darin versteckt sich schon seit Jahrzehnten eine Kreatur und greift dann die Familie an. So mal ganz kurz angeschnitten der Inhalt. Auch dieser Film erscheint dann diese Woche auf Blu-Ray, wie wir das hier sehen können. Und meine Review zum Film, die packe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung rein. Und die könnt ihr euch dann angucken, falls euch der Film interessiert. Dann haben wir noch etwas aus der B-Movie-Section. Und da hätten wir As Good As Dead mit Michael J. White und Tom Berringer. Michael J. White spielt hier einen Ex-Cop, der in Mexiko untergetaucht ist, im Zeugenschutzprogramm dort lebt. Und einen Teenager trainiert, um ihn so von den Straßen und den Gangs etwas fernzuhalten. Doch dann gibt es ein Kampfvideo von dem Teenager, das dann auftaucht im Internet und so seine Deckung auffliegt. Und da hat noch ein alter Mafia-Boss mit ihm hier eine Rechnung offen. Und der schickt dann sein Killer-Kommando nach Mexiko. Und Michael J. White muss sich dann, wie wir hier sehen können, anhand der Bilder gegen diese Wehren. Klingt ganz solide, die Vorschau-Bilder sehen auch ganz solide aus. Und wie gesagt, für so einen kurzweiligen Filmchen mal für zwischendurch, denke ich mal, könnte, könnte As Good As Dead durchaus taugen. Mit Vesige, die Belagerung, haben wir dann einen weiteren Vertreter aus der B-Movie-Section, der jetzt aber von der Inhaltsangabe und den Vorschau-Bildern auch gar nicht so schlecht klingt, beziehungsweise schlecht aussieht. Könnte durchaus spannend werden. Daniel Styson spielt hier einen Auftragskiller, der nach seinem letzten Auftrag hier eine neue Identität braucht. Dazu wird er eben in ein Gebäude zitiert, wo er seine neue Identität bekommen soll. Doch darin befindet sich eine Frau, auf die es ein Gangster-Boss abgesehen hat. Und der schickt da ein paar Elite-Soldaten, um diese Frau rauszuholen. Und so tut sich unser Auftragskiller dann eben mit dem Bodyguard der Frau zusammen, um diese Gangster auszuschalten. Also sieht eigentlich auch ganz solide aus. Und nach einem kurzweiligen, brutalen Spaß kann man sich vielleicht mal geben, mal schauen. Und damit bin ich raus mit meiner Auswahl an Blu-Ray-Neuheiten der aktuellen Kalenderwoche. Es erscheinen etliche Mediabooks und Future Packs, auch noch von den Mediaks und was weiß ich was. Aber die haben den Heimkinomarkt zuletzt so zugemüllt, dass man da gar nicht mehr den Überblick behält. Und deswegen lassen wir das mal außen vor. Ich hoffe, ich habe euch dennoch hier eine interessante Auswahl zusammengestellt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Auf bald und Servus.